FEDERIN CABELE-GRIEGI FEDERIN CABELE-GRIEGI Also das war in der Broad An extern auf der Bahn 5, Mainz. 52,98 es war das vor fünf Jahren, als sie die Best-Marke erzielte. Hält übrigens auch den Championship- Record den schwamm sie vor vier Jahren, bei der Europameisterschaft der Youle-Best Mainz. 55,45 Wir haben den ersten 100m für Femme der Hitz, Geragherr von der Niederland 56.7.3 modell bei Pellegrin, Agen Lappkoll. Vielen Dank. Vielen Dank.